den Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten, Drucksache 19 5743, Gesetz zur Abschaffung der Quoren bei Bürgerentscheiden. Ich weise Ihnen auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Kommunalpolitik, Drucksache 19 20. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Körfkes hat als erster Redner in der Debatte für die SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einem dichter Wort meinen kurzen Redebeitrag einleiten. Getretener Quark, sagt Johann Wolfgang von Goethe, wird breit nicht stark. In diesem Sinne will ich auf den Antrag hier nicht viele Worte verlieren, denn der ist im wahrsten Sinne des Wortes der Rede kaum wert. Wir haben als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und das ein uns mit vielen anderen Fraktionen hier als Maßstab für kommunalpolitisches Handeln den Grundsatz der repräsentativen Demokratie. Pläbistitäre Elemente können dieses System der repräsentativen Demokratie sinnvoll ergänzen. Wir haben mit einer sehr großen Mehrheit hier im Haus die repräsentative Demokratie an der Stelle durch die Absenkung von Hürden bereichert, um die Möglichkeit für viele Bürgerinnen und Bürger unmittelbar dann auch Entscheidungen herbeizuführen. Das hat so weit geführt, dass wir mittlerweile in Großstädten nur noch ein Zustimmungsquorum von zehn Prozent haben. Die Abschaffung von Quoren insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist sowohl systemwidrig als auch inhaltlich unsinnig. Wir schließen uns der Meinung der Kommunalen Spitzenverbände in der Angelegenheit an und fordern ein Mindestmaß an demokratischer Legitimation, sind deshalb für die Beibehaltung von Quoren und werden mit großer Überzeugung Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Tönnissen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren erneut über den Bürgerentscheid als ein Instrument der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene. Eine Sache verwundert allerdings hierbei, Herr Körfges hat es angesprochen, vor wenigen Tagen erst haben wir nämlich die Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe Kommunales Ehrenamt, die übrigens eine interfraktionelle Arbeitsgruppe war, zur Kenntnis genommen. Auf der einen Seite will man das Ehrenamt stärken, auf der anderen Seite läuft der Gesetzentwurf darauf hinaus, dass Räte und Kreistage weniger zu entscheiden haben. Wie passt das zusammen? Wenn eigens eine Ehrenamtskommission eingerichtet wird, um die kommunalen Ehrenamtler zu stärken, wie kann man dann gleichzeitig ernsthaft dafür sein, Quoren bei Bürgerentscheiden abzuschaffen? Diese Abschaffung bedeutet ja eine Aufwertung von sogenannten direktdemokratischen Elementen, aber im direkten Gegensatz zum kommunalpolitischen Engagement. Ganz davon abgesehen, würde plötzlich eine Klientelpolitik in ganz anderem Ausmaß möglich sein, als das jetzt der Fall ist. Und sehr kleine Minderheiten können plötzlich die Geschicke von Städten, Gemeinden und Landkreisen bestimmen. Im Extremfall, und das einfach mal zur Verdeutlichung, würde eine Aufhebung der Quoren dazu führen, dass ein Bürgerentscheid bereits dann entsprochen würde, wenn nur zwei Ja und eine Nein-Stimme abgegeben würden. Denn der Einwohneranteil, dem diese Stimmen bei jetziger Regelung entsprechen müssen, spielt ja dabei überhaupt keine Rolle mehr. Das, meine Damen und Herren, kann erstens nicht wirklich in unserem Interesse sein und wirft auch zweitens die Frage auf, welche demokratische Legitimation hieraus erwachsen soll. Die Abschaffung der Quoren bei Bürgerentscheiden ist nicht tragbar. Und es geht hier schließlich um Entscheidungen, die im Zweifel auch Ratsentscheidungen ersetzen. Ganz davon abgesehen, ist es auch fraglich, ob man Bürgerinnen und Bürgern zumuten kann, sich in eben oft sehr komplexe Sachverhalte so präzise einzuarbeiten, wie es ihre gewählten Vertreter tun müssen, um verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können. Bürgerentscheide, das wissen Sie, sind meist auf Ja oder Nein Entscheidungen reduziert. Oft bleiben Details außen vor oder werden nicht in der Tiefe geklärt, in der man sie klären müsste. Die CDU-Fraktion will daher erstens, dass auch bei Bürgerentscheiden ein Mindestmaß an demokratischer Legitimation vorausgesetzt wird. Zweitens wollen wir die Räte und Kreistage nicht entmachten, sondern wir wollen sie stärken. Und dazu leistet dieser Gesetzentwurf keinen Beitrag. So sehen es im Übrigen auch, und auch das hat mein Vorredner schon gesagt, die kommunalen Spitzenverbände. Sie bewerten ihr Ansinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, als unter anderem nicht vereinbar mit dem geltenden Verfassungsrecht mit dem geltenden Verfassungsrecht für die repräsentative Demokratie. Die kommunale Selbstverwaltung und die damit verbundene ehrenamtliche und hauptliche Arbeit der Bürgerinnen und Bürger sind ein zentraler Pfeiler für das Funktionieren unseres demokratisch verfassten Staatswesens. Das ist doch die Demokratie von unten nach oben. Und hier sollen nach unserer Auffassung auch die kommunalpolitisch Aktiven entsprechend die Entscheidungen treffen können und mitbestimmen. Die CDU-Fraktion wird heute daher diesen Gesetzentwurf ablehnen. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Tönnesen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Krüger. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, Frau Präsidentin, lassen Sie mich vorab einen Blick zurück, werfen, und zwar auf den 8. Dezember 2011, als hier der Landtag Bürgerbegehren wesentlich erleichtert hat, seinerzeit mit Stimmen von SPD, Linken und Grünen maßgeblich von uns auch initiiert worden. Wir haben seinerzeit die Erweiterung des Katalogs der Themen, über die ein Bürgerbegehren, ein Bürgerentscheid durchgeführt werden kann, erweitert, beispielsweise zum Bau von Einkaufszentren oder der Ausweisung von Gewerbegebieten. Der bisher geforderte Kosten- und Wirkungsvorschlag bis 2011 wurde durch eine Kostenschätzung ersetzt. Parallel dazu war dieser von der Verwaltung zu erarbeiten. Damit war einer der häufigsten Gründe, die zu Unzulässigkeiten von Bürgerbegehren geführt hat, beseitigt. Wir haben parallel dazu die Koren bei Bürgerentscheiden abgesenkt. Willi Körfkos hat es schon gerade angesprochen, 10% für Städte ab 100.000 Einwohner, 15% für Städte zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern. Und insofern macht es mal Sinn, sich anzuschauen, was hat das denn eigentlich ausgemacht? Eine kleine Bilanz zu ziehen. Und da gibt es eine nette Statistik. Mehr Demokratie veröffentlicht, das regelmäßig, kann man im Internet nachsehen. Seit 2012 wurden insgesamt 70 Bürgerbegehren initiiert und davon sind sieben gescheitert an dem Quorum. Und man muss sich natürlich eins vor Augen halten. Wir greifen damit natürlich massiv in die Rechte des Rates ein. Und wenn dem Vorschlag der Piraten gefeucht wird, heißt das auch, das ist gerade von meiner Vorrednerin angesprochen worden, dass die Durchsetzung von Partikularinteressen wesentlich verstärkt werden kann. Und, meine Damen und Herren, verfassungsrechtlich hätte eine solche Änderung wahrscheinlich keinen Bestand, wenn sie dann überprüft wird. So zumindest von mehreren Experten im Rahmen der Anhörung vorgetragen. Wir sehen von daher keine Veranlassung, hier eine entsprechende Änderung vorzunehmen. Ich glaube, dass wir mit den Veränderungen, die wir in 2L vorgenommen haben, gut fahren, dass sich das bewährt hat. Und insofern ist dieser Gesetzentwurf hier vonseiten der Piratenfraktion vorgelegt worden, ist zurückzuweisen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Für die FDP spricht Herr Kollege Aboczad. Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Etwas humorvoll gesprochen, es gibt Irrtümer, es gibt Fehler und es gibt diesen Gesetzentwurf der Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion. Meine Damen und Herren, es ist so vieles Richtiges gesagt worden. Ich will betonen, ich will betonen, Deutschland hat eine repräsentative Demokratie. Damit sind wir gut Gefahren. Deutschland hat zahlreiche direktdemokratische Instrumente auf lokaler Ebene, gerade hier auch in Nordrhein-Westfalen, durch entsprechende Vorstöße in der Vergangenheit. Das, was wir nicht brauchen, sind Regelungen, die faktisch zu einer Abschaffung der repräsentativen Demokratie führen. Dieses entwertet die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Vertreterinnen und Vertreter in den kommunalen Parlamenten. Meine Damen und Herren, das würde am Ende vor Ort zu unsachgerechten und chaotischen Verhältnissen führen. Deshalb ist dieser Gesetzentwurf, wie alle Fachleute eigentlich sagen, nicht zustimmungsfähig. Und deswegen stimmen wir gleich mit Nein. Ganz herzlich. Vielen Dank, Herr Kollege Apoczat. Für die Piraten spricht jetzt Herr Kollege Herrmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch Gruß an die Menschen, die uns im Stream noch zugucken. Das Ziel unseres Gesetzentwurfes ist, die Menschen wieder mehr in die Entscheidungen, ihre eigenen Angelegenheiten einzubinden und damit auch ein Stück weit mehr mitzunehmen und zu interessieren. Und dafür brauchen wir eben kein Doppelhürdenmodell. Denn das ist, so zeigt es sich durch gescheiterte Bürgerentscheide, immer wieder kontraproduktiv. Und ich muss mich sehr wundern über das, was Sie hier gerade gesagt haben, wie Sie die Dinge durcheinander bringen. Denn Sie verkennen doch, dass vor einem Bürgerentscheid immer ein Bürgerbegehren sein muss. Und gerade Herr Krüger hat wild durcheinander geredet über Bescheide und Begehren. Das, also, ich bin wirklich, bin wirklich verblüfft bis entsetzt eigentlich. Auch die, was die kommunalen Spritzenverbände in der Anhörung gesagt haben, Sie haben ja Angst vor einem Übermaß an Bürgerentscheidungen, die dann plötzlich auftauchen. Nein, die werden nicht kommen. Wir haben die Bürgerbegehren, die vorgeschaltet sind. Das Bürgerbegehren braucht ein Quorum. Darum geht es. Wenn dieses Quorum geschafft ist, wenn also eine Menge Bürger gesagt haben, okay, über diese Frage wollen wir entscheiden, dann soll in einem Entscheid die Mehrheit entscheiden. Und darum geht es. Im Moment haben wir leider an der Stelle immer noch eine hohe Hürde. Und deswegen gibt es zwar viele Bürgerbegehren, die erfolgreich waren, aber die danach folgenden Entscheide sind leider halt überhaupt nicht erfolgreich. Deswegen unser Gesetzentwurf. Wir haben die Anhörung durchgeführt. Es gab natürlich unterschiedliche Meinungen der Sachverständigen doch. Aber die Verfassungsgemäßheit, die wurde von vielen bestätigt. Ich möchte an der Stelle gerne einen Sachverständigen, Herrn Achelpöhler aus Münster zitieren, der gesagt hat, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, in gewisser Weise kann und sollte man auch den Bürgern vertrauen. Wenn Ihnen eine Sache wichtig ist, dann gehen Sie auch zur Abstimmung. Und wenn sie Ihnen weniger wichtig ist, dann gehen Sie eben nicht hin. Mit dem Schreckensbild, dass in irgendeinem Stadtteil tatsächlich eine Straße umbenannt oder nicht umbenannt wird, auch wenn das nur 5,5 Prozent der Bevölkerung der Stadt wollen, kann man doch leben oder nicht. Ende des Zitats. Wir finden ja, denn die Bürger, die das angeht und interessiert, die werden sich halt auch beteiligen. Damit wäre ich wieder am Ausgangspunkt. Die Menschen mitnehmen in unserer Demokratie und für unsere Demokratie. Darum geht es hier. Wenn ein Bürgerbegehren erfolgreich war, also das nötige Quorum erreicht wurde, dann sollte der anschließende Bürgerentscheid mit der Mehrheit der Stimmen entschieden werden. So erreicht man die Menschen. Denn nur so hat die Stimme auch Gewicht. Insofern bitte ich nochmals um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung spricht erneut Herr Minister Kutschaty in Stellvertretung für Herrn Minister Jäger. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf behandelt ein Thema, mit dem wir sehr oft konfrontiert werden. Wir kriegen sehr häufig Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern zur Frage der Quoren bei Bürgerentscheiden. Viele Bürger wenden sich an die Landesregierung auch, weil sie der Auffassung sind, dass die Quoren entweder zu hoch oder zu niedrig sind. Oft ist Hintergrund natürlich die eigene Unzufriedenheit am Abstimmungsergebnis, was dann tatsächlich auch Erfolg hatte oder auch gerade nicht Erfolg hatte. Ich glaube, wir haben deswegen in Nordrhein-Westfalen noch eine sehr gute, tragfähige Lösung gefunden. Durch die nach Größe der Kommunen gestaffelten Zustimmungsquoren bei Bürgerentscheiden ist gewährleistet, dass Bürgerentscheide auch realistische Erfolgschancen haben, aber auch, dass die Abstimmungserfolge von einer Mindestzahl der Abstimmungsberechtigten getragen werden. 2011 haben wir diese Quoren gesenkt und erstmalig auch gestaffelt. Zuvor musste als Quorum die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, die einen Begehren unterstützen, in allen Kommunen, unabhängig von ihrer Größe, 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten betragen. In größeren Kommunen hatte dies häufig die Folge, dass erfolgreiche Bürgerentscheide verhindert wurden. Daher haben wir 2011 auch ganz bewusst eine Regelung eingeführt, die auch in größeren Kommunen den Bürgerinnen und Bürgern realistische Chancen für ihre Bürgerentscheide eröffnet. Eine gänzliche Abschaffung ist schon damals, im Jahre 2011, ganz bewusst nicht vorgenommen worden. Ich hielte das auch für deutlich zu weitgehend. Durch diese Quoren wird nämlich vermieden, dass sich gegebenenfalls die Interessen einer kleinen, gut organisierten Minderheit durchsetzen, wo sie in keiner Weise dem Willen der großen Mehrheit der Bürgerschaft widerspiegeln. Dies wurde auch von den Experten in der Anhörung im Ausschuss für Kommunalpolitik so bekräftigt. Ein Mindestmaß an demokratischer Legitimation ist auch bei der Durchführung von Bürgerentscheiden zwingend erforderlich. Ein Bürgerentscheid ersetzt nämlich, Sie wissen es auch, unter Umständen einen Ratsbeschluss oder hebt einen solchen auf und bindet den Rat dann für die Dauer von zwei Jahren an diese Entscheidung. Ein Ratsbeschluss ist aber gleich in mehrfacher Hinsicht demokratisch legitimiert. Zunächst erfolgen demokratische Wahlen der Ratsmitglieder durch die Wählerschaft. Für einen Ratsbeschluss dann ist ferner Voraussetzung, dass der Rat in der konkreten Sitzung beschlussfähig ist und dass die konkrete Sachfrage bei der Entscheidung dann auch eine entsprechende Mehrheit findet. Würde man auf ein Quorum gänzlich verzichten, so könnte unter Umständen eine kleine Minderheit auf einem dieser Wege mehrheitlich einen gefassten Ratsbeschluss beseitigen. Ich bin daher der Auffassung, dass wir im Jahre 2011 hier eine gute Lösung gefunden haben, die es Bürgern ermöglicht, ihre Interessen einzubringen und durchzusetzen und gleichzeitig eine Lösung, die dafür Sorge trägt, dass Entscheidungen auch von einer Mindestzahl von Bürgern getragen werden. Liebe Piraten, ich glaube, auch das wird heute Abend nichts für Sie. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe an dieser Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 16 und wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Kommunalpolitik empfiehlt in Drucksache 19-20 den Gesetzentwurf, über den wir debattiert haben, mit der Drucksache 19-5743 abzulehnen. Wir kommen damit in der Abstimmung nicht über die Beschlussempfehlung, sondern wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf selbst. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU und FDP. Dankeschön. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Gesetzentwurf Drucksache 19-5743 in zweiter Lesung abgelehnt. Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich schließe damit das Plenum und berufe es gleichzeitig wieder ein für morgen, Freitag, den 26. Juni, 10 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen und wie es aussieht noch relativ.